Die Top 10 von der Stärke underratedsten Naruto-Burudo-Charaktere habe ich bereits hochgeladen und jetzt gibt es die 10 overratedsten von der Stärke. Den Anfang machen Indra und Ashura. Ja, die sind eher feedless, man könne sie dennoch grob einschätzen. Warum, erklär ich mal. Ich orientiere mich an Madara und Hashirama. Diese sind ja die neue Generation. Deshalb gehe ich mit Madara, ohne Jubi logischerweise, und Hashirama high bis extreme div. Auf Platz 9 muss ich Naruto erwähnen. Aber warum? Ganz einfach. Sein Barion-Mode ist overrated. Manche sagen, er ist stärker als Ishiki, obwohl man deutlich sah, dass Naruto schwächer war. Der Hauptgrund war die Ability, ein kleines bisschen Zeit abzuziehen, was ein Hard-Counter war. Am Ende des Kampfes könnte ein Ishiki noch kämpfen, Naruto hingegen kaum. Might Guy. Was macht ihn denn so overrated, dass er in dieser Liste ist? Zum einen ist er nicht mal annähernd auf Chudara-Level. One-Eye Chudara hatte mit Guy gespielt, zumal Guy noch Support hatte. Diese Leute waren zwar geschwächt, vor allem Minato, aber dazu noch Lee, Gaara und Kakashi. Diese waren dennoch eine große Hilfe. Klar, Chudara hat ihn zwischenzeitlich ein wenig unterschätzt. Theoretisch hätte er es relativ schnell beenden können. Was dazu noch gesagt werden muss, die beiden haben uns jedoch einer der besten Naruto-Kämpfe geboten. Platz 7. Hagoromo. Er ist nicht mal ansatzweise der stärkste im Wörs. Selbst One-Eye Chudara war bestätigt fast so stark wie Hagoromo. Er gehört trotzdem zu den wichtigsten Personen. Auf der Sechs ist Hashirama. Bei ihm musste ich echt überlegen, soll er rein oder nicht? Ich habe mich entschieden, ihn reinzunehmen, da ich dann doch schon mal gelesen habe, dass diese Stärke als Charaktere wie Guy oder gar Chubito wäre. Was selbstverständlich nicht ansatzweise der Fall ist. Nummer 5. Conan. Richtig, sie konnte Orange Mask Obito fast erledigen. Jedoch wird gern mal vergessen, dass sie extrem viel Prep-Time hatte. Sie hat 600 Milliarden Papierbomben vorbereitet, um Obitos Kamui zu kontern, sodass 10 Minuten durchgehend Explosionen ausgelöst werden. Das hat auch fast funktioniert, nur hatte sie nicht mit dem Isanagi gerechnet. Im normalen Kampf ohne Prep-Time ist sie sehr solide, jedoch eher auf dem Level von Hidan. Selbst den würde ich vielleicht höher packen. Shizui. Viele denken, er wäre ultra stark. Dabei ist er gerade mal auf höherem, schonen bis sehr niedrigem Yonen-Level. Er hat fast gegen einen Random Hyuga verloren. Mehr muss man wohl nicht sagen. Die nächsten drei Plätze kann man miteinander tauschen. Auf der Nummer 3 erwähne ich Kaguya. Sie ist halt einfach nicht mehr so stark. Selbst ein Toneri ist bestätigt stärker. Kaguya ist gerade so in der Top 20. Andere Top-Tier-Charaktere könnten mehrere Kaguyas gleichzeitig besiegen. Das ist, wie ich es gerne nenne, das Battle-Shonen-Prinzip. Darüber kommt wohl ein externes Video. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem zweiten Platz. Madara Uchiha. Der würde von gefühlt jedem Top-Tier gewonshottet werden. Außerdem ist er nicht mal close zu einer Kaguya. Ein Shudara grenzt gerade mal so circa an die Top 50 an. Mittlerweile dürfte wohl klar sein, wer sich auf Platz 1 befindet. Itachi. Er ist auf jeden Fall ein High-Tier. Dennoch gibt es zu viele Charaktere bereits in Shippuden, die stärker sind. Einige sogar deutlich stärker. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wen ihr am All-Ratedsten findet. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.